Ja, absolut. Und ein weiteres Highlight von mir war die Apple Watch Ultra in diesem Jahr. Wieso lachst du? Warum ich lache? Ihr müsst wissen, Simon ist ein heftiger Apple-Nutzer. Man könnte ihn auch als Fanboy bezeichnen, obwohl er das selber nicht so sagen würde. Er lebt den Apple-Kosmos. Ja, auf jeden Fall, bevor die Apple Watch Ultra vorgestellt wurde, gingen ja schon so Renderings durchs Internet und man konnte quasi schon das Design sehen. Und Simon meinte noch, warum macht Apple so eine Scheiße? Das sieht richtig mies aus. Was soll dieser Buckel da auf der Seite? Ekelhaft, hässlich. Würde ich mir niemals kaufen. Apple stellt die Apple Watch Ultra vor und Simon sagte da kurz danach, ja gut, so hässlich ist das eigentlich gar nicht. Ich glaube, noch einen Tag danach hatte er sie schon am Handgelenk. Ja, das war jetzt übertrieben gesagt, aber ein, zwei Wochen danach hatte er sie auf einmal am Handgelenk. Da war vieles Wahres dran, aber auch vieles Falsches. Erstmal, die Renderings zu dieser Apple Watch Ultra, also erstmal wusste man ja gar nicht, dass sie Ultra ist. Damals dachte man noch, sie heißt Pro. Man war sich ziemlich sicher, dass sie ein eckiges Gehäuse bekommt, weil John Prosser das vor einem Jahr... Die Renderings sahen genauso aus, wie sie jetzt aussieht. Ja, aber die kamen erst am selben Tag der Keynote. Die kamen am selben Tag der Keynote. Erzähl kein Käse. Nein, das war so. Die kamen relativ, oder einen Tag vorher, ich weiß nicht mehr, entweder am selben Tag oder einen Tag davor. Und da kam dann zum ersten Mal diese, dass die Digital Crown da in so einem komischen Ding da geschützt sein sollte. Und als ich das gesehen habe, habe ich tatsächlich gesagt, meine Fresse, ist das hässlich. Wer kauft sich denn sowas? Simon. Ja, so und dann kam die Keynote und ich habe noch, bei der Keynote saß ich da, weil wir berichten ja parallel zur Epic Keynote auf der Seite mechwelt.de, wo ich Redakteur bin. Oder natürlich auch als Video, hinterher auf Technik lieber. Und ich weiß noch, wie ich sage, nein, sie ist so hässlich. Und dann kamen diese Promo-Videos und dann dachte ich schon so, hm. Wie viel Geld habe ich gerade auf dem Konto? Ich meine, so hässlich ist sie jetzt auch wieder nicht. Und sie ist von Apple. Ja, also es war erst mal gewöhnungsbedürftig. Weil man, also ich habe damit nicht gerechnet, dass Apple so einen Move macht und auf einmal so ein Gerät für Extremsportler macht. Also sie ist, geht komplett, also ich bin überhaupt nicht Zielgruppe von so einer Uhr. Aber ich fand sie insofern doch sehr, sehr spannend, weil sie einfach ein neues Design bringen. Sie ist minimal größer als tatsächlich so eine 45er Uhr, die es sonst gab. 45er Bizeps Junge. Spaß. Ja, genau. Also die Uhr passt nicht zum Bizeps. Nein, aber ich finde sie mittlerweile, sie ist vielleicht keine schöne Uhr im klassischen Sinne, aber ich finde sie eine schöne Smartwatch. Ihr wollt noch mehr Technik, liebe? Die komplette Podcast-Folge gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Also dieации auch, Code zur Kategorie des computers. Have se warm. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020